Du siehst mich nicht? Du siehst mich nicht. Bist du die A320 Neo? Wahrscheinlich. Warte, ich bin so in deinem Windschatten. Ich hab hier drei A320 Neos neben mir, um ehrlich zu sein. Ich bin hier so in deinem Windschatten. Warte, da muss ich ein TikTok von machen. Ja, das sieht richtig gut aus, muss ich irgendwie sagen. Also, wie ihr, ja, alle die gleichen Flugzeuge. Schön, ja, ja. Habe ich viel mehr reingecached. Bei mir sind alle die originalen Modelle. Oh, und jetzt einer auf dem Rücken. Oh, mit dem Eurofighter. Oh, der sieht geil aus. Boah, in meinem Bild. Hallo, Pilot. Oh, und jetzt auch nochmal auf dem Rücken. A320 Neo auf dem Rücken. Geil.